Wenn ich eh fighten muss. Ich hasse Ratten. Neuer Poncho Mantel. Ich seh schon, ich muss irgendwo mal finden, wo ich mich umziehen kann. Oder kann ich das einfach hier? Anpassungen. Achso, ich kann mir einfach hier ein Poncho anziehen. Ich kann das einfach alles hier machen. Ja, okay. Äh, ich hätte gerne... Oh ja, hier. Fucking Guerilla Poncho. Und BD1 sieht bitte aus wie... Äh... Ne, du brauchst schon... Ah, das passt eigentlich farblich, ja. Unser Schiff ist vollkommen unauffällig. Okay. Aber wirklich? Du bist respawned? Oh, come on. Na, falscher Knopf. Das ist doch ein Scherz, ey. Ach, ich wollte mich ausruhen. Ich bin so dumm. Ausruhen. Ich mein, wenn ich mit dem fighten muss, dann kann ich mir auch die halbe Lebensleiste wiederholen. Aber wohl, muss ich überhaupt mit dir falten? Nö. Nö. Ich bin jetzt verwundbar, das ist ja beruhigend. Ich brauche eine Sekunde. Greife das Ziel an. Oh. Ja, ich bin so gut wie erledigt, weil ich keine Openings habe für nichts. Hör auf dich zu verstecken. Hör auf dich zu verstecken. Fuck you. Ist mir mal jemand? Ich bin okay. Na, kein Skumpf. Okay. 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 Ich finde es gut, dass wenn du irgendwas machst und sagst, äh, verdammt, geht nicht. Äh, verdammt, ist es kaputt. Super. Ja. Scannst du wieder? Oh, wir sind hier. Okay. Glaub ich zum... Wo sind wir? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir genau sind. Okay. Dafür brauche ich anscheinend Skumpf. Was ich nicht habe. Was heißt, dass... Wo ist mein Weg? Das klang gesund. Okay. Okay. Das heißt, ich muss hier lang? Ja, einen anderen Weg habe ich ja gerade quasi nicht. Wow, wow, wow. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Wait, what? Ich habe gerade echt keine Zeit für deinen Schlagssinn. Moment. Moment. Der führt nach da oben. Da kann ich nicht weiter. Da komme ich nicht durch. Wo zum Geier muss ich hin? Heißt das quasi, ich muss... Moment, Moment, Moment. Ich bin hier. Ich bin hier. Das heißt, ich muss da rüber zum Machtkreis. Muss, glaube ich, den hier runter rufen. Ja, den muss ich runter rufen. Fahr dann hier hoch. Geh dann raus, mach die Dinger kaputt und such mir dann einen Weg nach da. Ja, scheint ja fast so. Das heißt, den ganzen Kram, den ich hier unten gemacht habe, war alles optional und vollkommen sinnlos. Porgis! Okay. Cool. Äh, wo ist der Machtkreis? Was ist da drüben? Komme ich denn hier irgendwie darüber? Ich glaube, wenn ich da lang gehe. Ja, da komme ich darüber. Oh Gott, wenn man einmal das Parry-Timing für die raushalt, sind die super easy. Wenn. So, und das müsste mich jetzt wieder rüberbringen zum Machtkreis, ne? Oh, das war ein jankieres Shit. Der Jedi-Verräter ist hier. Erfüll die Mission. Wir werden alle Verräter auslöschen. Der Jedi ist verwundet. Greif an, solange er geschmeckt ist. Hilfe! Du kannst mich nicht versiegen. Ich werde nicht zurückstecken. Ich werde dich leiden lassen. Du kannst nicht ewig klopfen. Leide Jedi. Okay, die gehen mir auf den Sack. Holy Shit. Hallo? Du solltest mich fürchten. Fucking hell. Ich habe einen Truppler mit schwarz-hauter Rüstung ausgestaltet. Wie die auf Brugger. Auslöschungstruppler. Sie jagen ausschließlich Jedi. Kommen jetzt Inquisitoren? Möglich, aber Bracker ist weit weg. Okay. Fähigkeitsbaum. Mehr Macht bitte. Äh, nicht Massenschub. Wobei, was macht Massenschub? Kann Gruppen von Gegnern zockbar von großen Gegnern zu Banken bringen. Äh, jetzt erstmal Regeneration. Vielleicht denken sie Auslöschungstruppler reichen. Oder sie bremsen dich absichtlich aus. Bleib wachsam. Äh, wo muss ich quasi hin? Ah, okay. Ich muss den hier runter rufen. Wait, der ist doch hier. Wait, wait, wait. Ist meine Karte betrunken? Ja, meine Karte ist betrunken. Weil die denkt, der ist oben. Ja. Okay. Karte betrunken. Überredet. Man könnte halt auch einfach zurück zum Schiff teleportieren. Aber das wäre zwar einfach. Gott sind die spannend. in diese Aufzugpassagen. Okay. Der Weg ist also irgendwo hier wieder. Wo ich quasi eben angefangen habe. So, weil anscheinend sind hier Sachen, die ich kaputt machen kann. Erstens mal unter mir. Hm. Wir haben einen Feind unter uns. Feuere. Ich habe ein seltsames Gefühl. Sie schaffen sich sehr viel. Aber warum? Wir haben von uns erwischt. Wir müssen dranbleiben. Nervsäcker. Wo ist der Scheiß? Achso. Doppelraketenwerfer, weil lustig. Ah. Okay. Hier oben ist angeblich auch noch irgendwo ein Weg. Ich geh jetzt erstmal darüber und mach den kalt. Der nervt mich. Ich brauche wirklich einen Simp. So. Die Wand, die ich kaputt machen kann, ist irgendwo da drüben. Da drüben oben irgendwo. Hä? Hier oder wo? Da hinten oben. Okay. Okay. Lässt du mich von hier unten springen oder muss ich von da oben springen? Ne. Ich muss von oben springen. Okay. Okay. Das heißt, ich muss, äh, hier rauf. Come on. Dann hier hoch. Dann hier rüber. Geht's hier gut? Okay. Und das bringt mich in die Stadt. Richtig. Das bringt mich nach hier. Okay. Hm. Und von hier dann wohin? Quasi den Weg einfach wieder rückwürfen? Ah. Ich könnte jetzt da durch die Tür gehen. Der Feind ist über uns. Wir drehen euch auf seine Abwehr. Okay. Okay Jedi. Kämpf mit mir. Oh. Oh. Ich darf nicht so Buttons bei mir sein. Nein. Ich muss mal ein bisschen warten. Oh. Dich, dich. Oh. Das habe ich nicht erwartet. Das ist eine riesige Seppo-Statur. Sollten da nicht auch Seppo-Sachen drin sein? Noone HP. Das ist eine Lao President. � Das ist eine durchgekündigte Realisas nations wirklich jetzt krieg ich den scomp Anschluss jetzt leck mich ich kann dich da unten sehen komm da raus komm du schaust das yay mit 50 Blaster Schüsse reflektet es wurde plötzlich so laut danke dafür ich muss hier durch okay wo sind wir jetzt jetzt sind wir wieder hier jetzt wir folgen dem Weg einfach mal geradeaus ich meine sie strengen sich an ja sie versuchen es zumindest okay und jetzt ja eigentlich will ich runter eigentlich will ich nach da unten well that works war zwar nicht intended aber hey ich muss hier durch die Pause ist vorbei oh Gott das ist spannend okay diese Tür soll mich irgendwo hin ich kann mich nicht sagen oh verschwendet eure Energie nicht mit einem fehlenden Artefakt ich werde mich selbst darum kümmern fehlen das Artefakt okay na ich drücke immer den falschen Knopf immer das ist der Wahnsinn okay ich habe keinen Fähigkeitspunkt das heißt ich will einfach nur ausruhen und gut ist okay okay äh oh hier sind die alle wieder respawn ne das heißt ich habe jetzt wieder Paradenparty außer die sehen mich natürlich nicht hallo hallo was möchtest du scannen scannen mal gute Leistung er hat den Druiden gespant okay äh klettern überredet du äh könntest mal einen Witz erzählen äh keine Ahnung warum ha witzig ich hätte den auch gern verstanden Bible Thumb aber ich spreche kein äh androidisch okay okay äh du 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 ich weiß nicht mal ob das der richtige Weg ist aber ich gehe ihn trotzdem du schaffst das du schaffst das too bad for you zu früh zu früh zu früh ich habe echt keine Zeit für euch ich sollte mich zurückziehen ich könnte ihn einfach nicht auffallen ich könnte ihn einfach nicht auffallen ich könnte ihn einfach nicht auffallen du wirst das Imperium nicht besiegen ja genau konzentriere dich du schaffst das close enough okay wo soll ich jetzt lang holy shit ey dann kann ich äh ich gehe gefühlt grad riesen Umwege glaub aber nicht dass ich hier richtig bin ich gehe mal davon aus dass das rot gleich blöd heißt weil zumindest aua ich sehe den Ventilator äh 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 anscheinend zu early hm kann ich hier überhaupt lang ich glaub nämlich nicht okay ich kann da oben lang aber ich kann auch nicht das Ding da oben drüber benutzen okay nicht nachlassen wir müssen diese Tür hacken ich suche halt die ganze Zeit nach weiß ich nicht gut bd1 Upgrades oder ähnliches das ist eine Plattform die nach unten zu einem Machtzirkel führt ja ok ja ok oh das ist hier ok cool so und jetzt äh äh ähm war dieser ganze Weg umsonst ist nicht euer Ernst ich muss jetzt quasi zurück zu dem Ding hier um da durch die Tür zu kommen fucking hell nur weil ich den einen Weg am Anfang nicht gelatscht bin ach du gehörst mir Verräter du erwischst mich nicht brauch einen Sinn du bist einfach du bist einfach uuuaah nicht schlecht du spüre den Schmerz du spüre den Schmerz bring den Kampf zu Hände WTF du hast mir nicht gewachsen okay huh ich hab ne Idee oh gott wo bin ich ok ich bin hier Ken ich bin hier angekommen ich lass nicht zu das du mich eliminierst wirklich ok Okay, let's do this again. Das Prinzip von unblockbaren Blaster-Schüssen ist halt irgendwie... Habt ihr Bewegung gesehen? Hi. Durch die Tür war das. Fuck you. Ja, da komme ich nicht durch. Aber hier komme ich lang. Ja, da komme ich nicht durch.